Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier zu Geralt. Wir sind immer noch in den Kloaken. Allerdings werden wir es nicht schaffen, diese zumindest heute Abend zu Ende zu erkunden, denn es ist schon 18 Uhr und wir haben einiges vor noch abends. Ein paar wichtige Verabredungen. Wir müssen abends in den Krankenhaus. Wir müssen eigentlich mit Chani sprechen und wir sollten in die Taverne auch abends. Insofern denke ich, werde ich mich auf den Rückweg begeben. Da kommen wir ja direkt zum Tempelbezirk. Aber wir könnten, ich bin irgendwie neugierig. Ich will nur nochmal gucken, wohin das uns jetzt hier eigentlich führt. Okay, es führt uns in einen weiteren Bereich, der komplett dunkel ist, in eine Gruft. Nee, passt auf. Gut zu wissen, aber die werden wir jetzt nicht begehen. Sehr interessant. Okay, ist das jetzt vermerkt hier? Nee, Lagerfeuer. Okay, also da müssen wir natürlich zurückkehren. Eine Gruft, das ist faszinierend. Haben wir das fast schon untersucht? Ähm, ja. Aber das... Die Fackel benötigen wir nicht. Ui, ui, ui. Na, Freunde. Okay, das war's. Kommt noch mehr? Nein, kommen keine mehr. Dann nehmen wir wie gewohnt alles mit. Ich dachte, wir hätten jetzt hier schon alle erledigt. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Wann waren wir denn hier schon bei den Fässern? Offensichtlich nicht. Dann liegt noch wertvolles Geld und noch ein bisschen Gänseschmalz. So. Da tauchen dort glatt noch welche auf. Ah, hat mich auch erwischt. Gut, da hinten ist noch einer. Na, komm her. Den werden wir mal schnell erledigen. Okay. Gut, waren wir hier nicht vorhin sogar runtergekommen? Die scheinen immer, immer wieder zu kommen. Na gut. Also ich denke, jetzt ist wirklich Zeit, dass wir das Ganze hier erstmal verlassen. Und hier müsste der Ausgang sein. Nein, nicht runterspringen. Nächster Versuch. Ja, auch durch die Gitterstäbe müssen wir noch. So, Ausgang zum Tempelbezirk. Es ist 18.30 Uhr. Ja, der richtige Zeitpunkt. So, und ich denke, das wichtigste Ziel sollte es jetzt sein, dass wir ins Krankenhaus gehen, um diesen gefangenen Salamanderer zu, ja, zu befragen. Nehmt mich zu eurem Knappen. Ich vermag ein Schwert zu tragen. Pechschwarz. Zoltan ist da hinten. Ja, ich glaube, hier geht es jetzt im Krankenhaus, nicht wahr? Ich habe Schmerzen. Hat Zoltan was Neues? Ach, Shani ist auch hier schon. Die hat Feierabend. Sag mal, geht sie jetzt nach Hause? Können wir sie jetzt schon ansprechen? Wir reden später weiter. Hm, das ist interessant, weil das ist ja auch noch so eine wichtige Sache, die wir erledigen müssen. Aber gut, wir wissen, dass sie jetzt nach Hause gegangen ist. Müssen wir jetzt nochmal bestechen? Das wäre ja super frustrierend. Ich bin mal gespannt. Oder lässt er uns jetzt immer durch? Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher. 19 Uhr doch ab. 19 Uhr muss als abends gelten. Wir kommen durch. Und die Tatsache, dass Shani jetzt Feierabend gemacht hat, weist für mich darauf hin, dass es jetzt abends ist. So, der Gefangene war. Hier. Ah, stimmt. Da sind die Wachen. So, was? Was wurde gesagt? Die Wachen sind unaufmerksamer abends? Macht jetzt irgendwie nicht den Eindruck. Ja, wir werden sehen. Ah, okay. Wir müssen, glaube ich, wieder blechen. Zehn Ohrens. Diesmal ist es festgelegt. Haltet euch von dem Gefangenen fern. Ich will ihm nur ein paar Fragen stellen. Jetzt nicht. Kommt es nächtens wieder. Tja. Wieso nachts? Es war doch von abends die Rede, oder? Aber ich habe euch bezahlt. Psst. Kommt heute Nacht wieder. Na gut. Okay. Ich verspreche es. Dann ist das eben eine Sache für die Nacht. Dann machen wir was anderes. Wir haben ja genug zu tun. Dann würde ich sagen, besuchen wir gleich mal Shani. Und ja, das Problem könnte sein, dass wir an dieser Haushälterin nicht vorbeikommen, um überhaupt mit ihr sprechen zu können. Nicht wahr? Das könnte noch ein Thema werden. Dann gucken wir mal. So, Vivaldi. Komme ich von hier überhaupt hin? Ja, ne? Nein? Was ist das denn hier? Okay. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich gucke mal hier kurz rein. Zwergen sind hier und ein Elfen. Interessant. Wir sprechen die mal an. Die spielen. Das ist ja auch noch so ein Thema. Ein Basilisk ist Geschichte. Mit euch legt man sich wohl besser nicht an. Ich spucke auf Menschen und ihre Prinzipien. Na gut. Also hier sind wir wohl etwas vom Wege abgekommen. Das heißt, wir müssen nochmal zurück. Hm. Kommen wir denn hier weiter? Ich werde jetzt mal alle Gassen ausprobieren. Wo bin ich denn jetzt hier angekommen? Okay. Oh, mein Rücken. Ach, da kommen wir dorthin. Ah, alles klar. Ich verschwinde hier. Gut. Und wo wohnte Shani nochmal? War das nicht hier irgendwo in der Gegend? Spieler? Vivaldi? Kräuterkundler? Hä? War das nicht hier? Sagt man, das war doch hier. Ah, Shani's Haus. Alles klar. Hier um die Ecke war es. Was für ein Gestank. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ob wir die Alte wieder antreffen? Wir können jetzt nicht schon wieder so eine Sauftour machen? Sie ist schon wieder da? Das Ende ist nahe. Solche wie ihr sind doch Beweis genug. Ist nicht persönlich gemeint. Ich bin gekommen, um Shani zu besuchen. Der weiße Frost kommt. Ich spüre es in den Knochen. Ihr wisst nicht, wie es ist, im hohen Alter in einem kalten Haus zu leben. Ach Gott. Was will sie denn? Sie trinkt gerne, ne? Können wir ihr hier einfach mal so ein Redanisches Lagerbier gönnen? Nach oben, mein Prinz. Haha, da wusste ich doch. Das war das Richtige. Wunderbar. So, da ist sie, Shani. Oh, die hat sie aber hübsch hier. Ja, sie ist ja eingeführt in die Romane als Medizinstudentin. Und Geralt hatte schon was mit ihr. Das hat er aber wahrscheinlich vergessen. Damals war sie noch jünger. Noch jünger. Endlich habt ihr mich gefunden. Sieht ganz so aus. Wie seid ihr an der alten Vettel vorbeigekommen? An der netten alten Dame unten. Die macht mir das Leben zur Hölle. Mädchen in eurem Alter sollten längst verheiratet sein. Sie denkt ganz zweifellos so. Ist die Miete wenigstens günstig? Ja, wenigstens ist die Miete günstig. Ärzte verdienen so wenig in Temerien. Viele wandern aus. Ihr seid geblieben. Jemand musste es tun. Wie auch immer. Ja. So, wir können bei ihr rasten. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen eigentlich mit ihr über das Silberschwert sprechen. Wobei ich jetzt langsam nicht mehr durchsehe. Es gibt ein Silberschwert von Berengar. Und eins, was wir hier gefunden haben. Das sind offenbar zwei verschiedene, oder? Ich habe ein Problem. Ja. Wie ich hörte, habt ihr Kohlen gesehen, kurz bevor er starb. Das stimmt. Woher wisst ihr das? Ich fand sein Schwert. Er starb bei der Schlacht von Brenner. Auf meinem Operationstisch. So was. Ihr seid Medizinerin in Brenner gewesen? Da habe ich an der Seite eines Chirurgen namens Rotschopf gearbeitet. Der beste Arzt, den ich je gekannt habe. Gekannt habe? Er starb, als die Katriona-Pest ausbrach. In Maribor. Obwohl er ein Halbling war, konnte er operieren wie sonst keiner. Bei ihm sah alles so einfach aus. Näht rot an rot, gelb an gelb und weiß an weiß mit dem Faden. Das kann nicht schaden. Ach, das könnt ihr nicht verstehen. Das tut mir leid, Shani. Ich kannte ihn nicht. Wisst ihr etwas über sein Schwert? Nein, aber fragt den Zwerg, Sultan Shibai. Sein Wissen über Waffen ist beispiellos. Ja Gott, das hätte uns Sultan aber auch schon mal erzählen können. Okay, gut. Was ich jetzt... Also genau, es sind zwei Hexer. Zwei Schwerter. Und eins davon haben wir gefunden. Ich glaube, wir haben Coens Schwert, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Das hat uns ja der Wachtmeister gegeben, genau. Naja, nochmal mit Shani. Ja. Shani. Ich wollte reden. Was ist? Manchmal träume ich von der Schlacht von Brenner, dem Massaker. Tut mir leid. Aber das ist es ja. Mir tut es nicht leid. Ich wache frisch und munter auf, als hätte ich mich an das Elend gewöhnt. Ergibt das einen Sinn? Durchaus. Danke. Manchmal ist es schön, wenn man sich aussprechen kann. Nicht der Rede wert. Das war ein Aussprechen nach Geralt'sche Art und Weise. Aber es hat ja offenbar genügt. Gibt es noch irgendwas, was wir besprechen können? Ja. Ich glaube, da kommt vermutlich dasselbe, ne? Na gut. Okay, gut. Ja, so richtig weitergeführt hat uns das nicht. Aber das heißt, Sultan müssen wir nochmal anquatschen. Deswegen. Der lief ja hier vorne auch runter, aber vielleicht ist er schon wieder in der Kneipe. Da hinten ist Großmütterchen. Egal. Wir gehen. So. Gibt das jetzt als Abend oder als Nacht? Ich denke mal, wir werden jetzt... Es ist 20 Uhr. Noch sicher. Wir werden uns jetzt in Richtung Kneipe begeben. Denn dort gibt es diesen Typen, der auch gegen die Salamanderer vorgeht. Habe ich da eben Sultan gesehen. Irgendwas Grünes war da. Und mit dem müssen wir unbedingt nochmal sprechen, weil der will auch die Abzeichen. Sagt mal, da ist Sultan. Ja, ist ja perfekt. Sultan, bleibt mal stehen. Und den Kommandeur der Stadtwache wollte ich auch sprechen. Ja. Aha. Könnt ihr mir etwas über mein Silberschwert erzählen? Was? Ich? Ein einfacher Zwerg? Shani meinte, dass euer Wissen über Waffen beispiellos ist. Na gut. Versilberte Klinge, ein Kern aus Stahl eignet sich als Zweihänder. Solide Handwerkskunst, aber nicht perfekt. Von Runen habe ich keinen blassen Schimmer. Danke. Kein Problem. Hm. Das war jetzt aber auch nicht so erkenntnisfördernd. Lebt wohl. Okay. Ich besitze ein echtes Hexerschwert von höchster Qualität. Nun gut. Hier, mit dem möchte ich nochmal reden. Genug geschwafelt. Ich habe ganz weiche Knie. Gut, dann gehen wir weiter. Es ist möglicherweise jetzt schon Nacht, aber die Nacht ist ja lang. Ich will trotzdem erstmal, in der Hoffnung, dass es noch so halber Abend ist, will ich trotzdem erstmal mit diesem fremden Unbekannten sprechen, wegen der Salamandra. Ewiges Feuer erfülle mein Herz. Und außerdem will ich nochmal an unsere Sachen ran im Lager, weil ich habe tatsächlich eine vielleicht gar nicht so unwichtige Sache überhört bei der Kräuterfrau. Habt ihr mir zurecht geschrieben? Oh, er pinkelt ja erstmal in die Hausecke. Juchu! Voll erleichtert. Ihr habt mir zurecht geschrieben, dass ich da nicht mitbekommen habe, dass die Kräuterdame einen Schal haben möchte. Und wir haben, glaube ich, einen Schal im Lager. So, jetzt aber diese fremde Person. Ich hoffe, sie ist jetzt da. Sendbote. Das ist, glaube ich... Ja, ja, ja. Sendbote ist gut. Sehr gut. Willkommen, Reisender! Ich habe gehört, ihr kauft Schmuck. Und wenn es so wäre? Hm. Wir können trinken. Wir können bestechen. 100, ganz schön viel. Sagt mir, wer für Salamandra Abzeichen bezahlt. Ich gebe euch 100 Ohrens. Haut ab! Verdammt. Das war das Falsche. Ja, das war vielleicht auch nicht besonders clever. Wir hätten trinken sollen. Haut ab! Na. Na. Da müssen wir nochmal später zurückkehren. Warte mal, was war hier noch mit Konrad? Konrad? Konrad, Konrad, Konrad? Wie können die das trinken? Was ist das überhaupt? Ich glaube, es ist Wein. Wein? Das ist nicht einmal ein Abklatsch von Wein. Und was ist es dann? Gepanschte Hundepisse. Darum komme ich nur selten her. Ich dachte, dies wäre die einzige Taverne weit und breit. Ich wohne im Händlerviertel, aber alle Gasthäuser dort haben geschlossen. Wollt ihr euch ein paar Münzen verdienen? Mhm. Ihr habt gesagt, ihr hättet vielleicht eine Arbeit für mich. Erzählt mir mehr. Ich weiß, wo man einen edlen Tropfen findet, aber dazu ist ein Schwert erforderlich. Ihr braucht einen Krieger, um etwas zu trinken zu bekommen? Ich kenne einen Ort, wo hundertjähriger Wein aus Toussaint lagert. Wo ist der Haken? Der Weinkeller befindet sich in einem Haus, das jetzt von Ungeheuern heimgesucht wird. Ungeheuer, da kommen wir ins Spiel. Das kostet euch 200 Ohrens. Abgemacht. Ich komme um Mitternacht wieder hierher. Wo liegt dieses Haus? Nehmt das Tor, das zum Deich führt. Rechts geht es zum Kanal hinab. Das Haus ist auf der linken Seite. Okay, das ist ein sehr ungewöhnlicher Wein. Wer will einer aufs Maul? Vom Tor geradewegs zum Deich gehen, dann ist das Haus direkt an der ersten Kreuzung. Okay, gut. Sendpote. Können wir es nicht nochmal besprechen? Haut ab! Na gut, dann kommen wir später wieder. Nein, kommen wir nicht, weil ich wollte ja hier noch gerne unsere Sachen nochmal kurz begucken. Verdammt, macht was ihr wollt, aber setzt nicht aufs Boxen, das ist... So, wir hatten doch... Hatten wir nicht einen Schal? Mir war so. Ne, da habe ich mich getäuscht. Aber irgendwo konnte man einen Schal kaufen, dann war es so. Zuckerpuppe, Gänse, Schmalz, Schwarzpulver. Ich meinte, wir haben ein Two-Songs dabei, aber wir sind natürlich auch interessiert, diese Monster zu erledigen. Vielleicht könnten wir ihm das aber einfach so ergeben, aber gut, wir wollen mal schauen, was da für Monster sind. Das bringen wir rüber. Den Rest, glaube ich, den behalten wir. Die Bücher will ich noch verkaufen. Ja, das ist soweit okay. Alles klar, das kann so bleiben. Ja, dann müssen wir hoffen, dass der Typ am nächsten Abend wieder gesprächiger geworden ist. Aber die erste Variante war, ihn zu bedrohen. Ah, weiß ich nicht. Und dann konnten wir noch mit ihm saufen. Das ist vermutlich, wäre die beste Variante gewesen. Das wollte ich jetzt gerade nicht machen, weil ich noch so viel vorhabe. So. 20.30 Uhr. Gilt das jetzt schon als nachts? Scheinlich noch nicht, oder? Ich will jetzt nicht umsonst nochmal zurück zum Krankenhaus laufen. Vielleicht gucken wir uns die Geschichte mit dem Haus am Deich an. Tor zum Deich. Aha, aber der Keller ist davor. Das klang jetzt ein bisschen missverständlich, als ob man rausgehen müsste. Nö, passt auf, dann machen wir das als nächstes. Mal sehen, ob wir da... Ja, brauchen wir da Schwalbe? Große Frage. Aber... Gut möglich, dass wir jetzt nachts sowieso... ein paar schwierige Sachen zu erledigen haben. Insofern... Das ist es nicht. Äh? Äh? Ist es einer dieser... Ah, okay. Das könnte hier sein. Ja, Leute. Hm. Es spukt. Ja, kommt. Wir gönnen uns das mal. Trinken wir mal die Schwalbe. Lieber vorbereitet sein. Leerstehendes Haus. Da geht's runter. Das klingt schon gefährlich. Was haben wir da? Oh, oh. Gule. Gule. Und zwar... Ziemlich viele. Ah, verdammt. Wir haben die nicht erledigt. Äh, gehen wir in einen Gruppenkampf, oder was? Das könnte ein bisschen unangenehm werden. Aber wir kommen, glaube ich, ganz gut zurecht, oder? Oh Gott. Was heißt, wir kommen gut zurecht? Wir sind gleich erledigt. Scheiße. Komm. Erledige den hinteren. Mach! Jawohl. Okay. Das heißt, den... Wow, Leute. Das war knapp. Es war die absolut richtige Entscheidung, hier Schwalbe zu nehmen. Meine Herren. Vier Gule auf einmal in so beengtem Raum. Das ging gerade noch so gut. So, ihr könnt wahrscheinlich wenig sehen. Aber okay. Hier ist eine Kiste mit dreimal sehr alter Wein. Okay. Das ist also noch ein besonderer Wein. Also nicht der Tuzon, den wir sowieso dabei haben. Okay. Gut. So, dann wieder raus. Schwalbe wird uns langsam auch die Gesundheit dann wieder zurückbringen. Wir haben es jetzt. Wie viel Uhr? 21 Uhr. Ja, ich würde mal sagen, jetzt können wir doch schon mal wieder zurück ins Krankenhaus gehen. Die Gesellschaft hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Ja, ja, die Gesellschaft ist schuld. Wir kennen das. So, in der Hoffnung, dass er jetzt alleine ist und uns sprechen lässt. Er ist nicht alleine, aber vielleicht lässt er uns jetzt durch. Wir werden alle sterben. Der mickrige sollte es das nicht wert. Haltet euch von dem Gefangenen fern. Immer noch. Schon gut. Okay, also es muss später noch sein. Das war nicht spät genug. So, jetzt muss ich kurz überlegen, was ist das Sinnvollste, was wir jetzt tun können? Also, am Abend. Mit Shani haben wir gesprochen. Der Sendbote will nicht mit uns sprechen. Wir wissen, dass noch eine Bestie irgendwie die Stadt durchstreift. Aber auch das wird vermutlich erst nachts virulent werden. 21.30 Uhr. Wir wissen, 0 Uhr kommt der Sendbote zurück. Wir könnten... Ah ja, eine Sache können wir mal machen. Wir können mal raus zum Deich gehen. Es kann sein, dass vielleicht auch dort ertrunken sind, jetzt nachts. Oh, das tut weh. Da ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, mal zu gucken, was da so abends los ist. Ja, es ist auf jeden Fall ein gefährlicher Ort. Okay, alles klar. Das könnte interessant sein für uns. Zieh schon mal das Schwert. Da sind Söldnerwachen. Geh mal hier lang. Hier geht es ja auch noch so runter. Aber das heißt nichts. Gut, also auf jeden Fall wissen wir, dass ertrunkenen im Hafen beim Sumpf sind. Ach, diese Geräusche. Okay, also hier scheint alles in Ordnung zu sein. Zumindest um diese Zeit. Einmal noch in diese Ecken gehen. Ne, hier ist nichts. Gut. Soweit dazu. Ja, dann kannst du auch wieder wegstecken. Dann gehen wir zurück und... Wie weit ist die Zeit fortgeschritten? Wir sind 22 Uhr. Was ist eigentlich hier? Ach, hier ist so Fischverkauf, ne? Aber in das Haus kommt man nicht rein. Okay, wieder zurück. Wir können froh sein, dass wir uns nachts in die Stadt lassen. Üblicherweise waren ja die Stadttore nachts komplett geschlossen. Ja. Also, es sieht für mich nach Nacht aus. Passt auf. Es ist 22 Uhr. Wir gehen... Aber warte mal, das ist vielleicht nochmal ein anderer Kommandeur der Stadtwache. Weil, ne, warum bin ich so scharf darauf, mit dem zu sprechen? Weil, erinnert ihr euch, der Friedhof, der Totengräber hat uns erzählt, dass der Kommandeur der Stadtwache... Wo ist denn der jetzt hin? Da ist er. Dass der möglicherweise dafür bezahlt, dass wir auf den Friedhof gehen. Ehrliche Leute, schlafen nachts. Was treibt ihr hier auf der Straße? Aber der scheint es nicht zu sein. Vielleicht ist es aber auch möglich, nachts... Was ist da denn? Gule? Was? Ernsthaft? Das ist ja erstaunlich. Dann komm mal her, mein Freund. Oh, der... Steht sofort wieder auf. Okay. Gut. Mit dem kommen wir aber auch gut zurecht. Na, 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 jetzt. Ah, die sind aber nicht mehr betäubt. Aber unsere Kampffähigkeiten sind ja wirklich exzellent. Okay, da hatten wir einen richtigen Riecher, hier nochmal vorbeizugucken. Immerhin. Haben wir hier ein bisschen Verordnung gesorgt. Aber ob das... Diese Bestie war, die nachts hier durch die Gegend läuft, bezweifle ich. Das muss noch was anderes gewesen sein. Schild. Totengräber. Ja, kann man jetzt nachts hier rein? Immer noch abgeschlossen. Okay, alles klar. Das geht nicht. So, jetzt ist es 22.30 Uhr. Jetzt laufen wir zur Kneipe, in der Hoffnung, dass der Typ mit dem Wein schon wieder zurück ist. Dass wir das abschließen können. Und danach gehen wir ins Krankenhaus. Siegfried ist auch noch so spät wach. Schade, dass man hier nicht runterspringen kann. Okay, na du arme Frau. Sie sagt nix. Anschlagtaffer, ist da was Neues? Ne, da ist nix Neues. So, Konrad. Ich hab diesen wunderbaren Wein besorgt. Auch gar nicht so einfach. Ja, Konrad ist da. Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze. Ja? Es war nicht einfach. Aber ich habe es geschafft. Trefflich. Aber ich habe kein Gold. Ging alles für Alkohol drauf. Ich behalte eine Flasche. Ihr nehmt den Rest. Für eure Mühen. Was ist denn das für ein Spinner? Keine Bezahlung. Kein Wein. Ich wusste, einem Hexer kann man nicht trauen. Ja, halt selber. Konrad und ich sind quitt. Okay. Ist dieser Wein wirklich so ungewöhnlich? So wertvoll? Sehr alter Wein? Dieser Wein. Dieser Wein ist lange gereift und wird gewiss jedem Weinkenner Freude bereiten. Kann vielleicht nochmal eine Rolle spielen. Später. Ich denke, wir werden jetzt hier nicht den gleich verkaufen. Wobei, wir könnten bei der Kellnerin einfach mal gucken, was wir dafür bekommen würden. 80. Oh, wow. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Gut zu wissen. Aber ich würde sagen, wir behalten ihn noch. Wer weiß. Vielleicht wird er noch älter und der Preis steigt weiter. Was ist eigentlich mit ihm? Warum pennt er hier direkt neben den Faustkämpfern? Lasst mich schlafen. So. Sendbote. Hast du dich wieder ein bisschen beruhigt? Oh ja. Was wollt ihr? Hm. Schaut mal. Wir können zumindest den Verkauf hier organisieren. Ich will ein Abzeichen verkaufen. Zehner pro Stück. Ja. Das ist doch ein guter Preis. Abgemacht. Damit müssten wir jetzt 190 bekommen haben. Sind die Abzeichen alle weg? Ja. Wir sind bei 808. Ne. Da haben wir doch mehr bekommen. Wir hatten deutlich weniger. Wir hatten irgendwas bei 400 vorne, oder? Zehner pro Stück. Wir hatten 19. Hätte eigentlich nur 190 geben müssen. Hm. Was wollt ihr? So. Ich denke, jetzt trinken wir mal was mit ihm. Wir müssen das jetzt mal rausbekommen. Trinkt ihr was mit mir? Na klar. Sehr gut. Wir werden natürlich jetzt nicht den schönen alten Wein nehmen, sondern wir nehmen Vysimas Gold. Abscheulich, aber für die Gelegenheit, glaube ich, gut geeignet. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Ernsthaft. Nummer 4. So kommt jetzt aber jetzt. Wir müssen fünfmal trinken. Ach du Schreck. Seinem letzten Gegner hat er die Naht zu Brei geschlagen. Okay. Ah, ich habe genug. So. Wartet mal. Ich suche Arbeit, können wir jetzt fragen. Vielleicht führt uns das zum Ziel. Ich suche Arbeit. Wisst ihr, wer mir da helfen könnte? Ich arbeite für Leuwarden, einen steinreichen Kaufmann. Der hat viel Arbeit zu vergeben. Danke. Ihr wart mir eine große Hilfe. Meinen Freunden helfe ich immer gern. Warte mal. Heißt das? Ich suche mir Kunden und werde reichen. Aha. Leuwarden ist es also. Wow. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Leuwarden ist es. Es stellt sich heraus, dass der Sendbode für Leuwarden arbeitet. Ich sollte mit dem Kaufmann sprechen. Das heißt, dass er sich auf dem Deich aufhält. Ja gut. Das wissen wir ja. Vielleicht kann ich bald einen Verbündeten im Kampf gegen die Salamandra gewinnen. Ja gut. Großartig. Also auf diese Art und Weise sind wir weitergekommen. Und das Bier hat jetzt hier auch noch seinen Zweck erfüllt. Okay. Ich würde sagen, wir lassen Geralt mal ein bisschen ausnüchtern. Und dann gehen wir zum Krankenhaus und sprechen dann hoffentlich endlich mit diesem Salamandra-Gefangenen. Bis dahin macht's gut. Euer Steinball.